Sie nennen mir Zeitpunkt und Ort? Ich gebe Ihnen ein Zeitfenster von 5 Minuten. Wenn innerhalb dieser 5 Minuten was schief geht, gehöre ich Ihnen. Ohne Wenn und Aber. Ich werde mich nicht an dem Überfall beteiligen oder eine Waffe tragen. Ich fahre. Sind Sie erst vor kurzem nach L.A. gezogen? Nein, ich lebe hier schon eine Weile. Was machen Sie so? Ich bin Fahrer beim Filmen. Ist das nicht gefährlich? Ich mache das nur ab und zu. Hi. Hi. Ach, ihr beiden kennt euch. Hör auf. Wenn man den Burschen hinters Steuer setzt, gibt es nichts, was er nicht kann. Darf ich dir Bernie Rose vorstellen? Meine Hände sind etwas schmutzig. Meine auch. Wer war das? Es gibt ein paar Typen, für die ich einen Job machen soll, aber ich spiele da nicht mit. Was ist denn das für ein Job? Wir sehen uns in 5 Minuten. Ich brauche nur 4. Oh mein Gott. Hast du irgendwas von einem zweiten Wagen gewusst? Er sagt, dass da irgendein Wagen sein wird, der uns auffällt. Wem gehört das Geld, das ich habe? Ich werde dir mal was verraten. Wenn jemand das rausfindet, sind wir beide tot. Was hast du da? Hat dir das einer der Männer gegeben? Du hast ihm von Irene erzählt! Ich beruhige dich, Junge! Kommt dir die überkann vor? Was deine Träume betrifft, Hoffnung für die Zukunft, die wirst du auf Eis legen müssen. Für den Rest deines Lebens wirst du hellisch aufpassen müssen. . Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017